Hi, ich bin Marco von Holzweblin und heute stehen wir in unserem neuen Holzladen. Ich weiß, es sieht noch nicht so aus. Zwei, drei Monate später und sehr viel Arbeit. Hier ist aber ein richtig cooler Laden mit Kaffee, mit verschiedenen Kleinspäten zum Essen, mit vieler unserer Holzprodukte. Schaut am besten einfach vorbei. Wasserprogramm in der Lederradzeile und das Ganze wird sich im August, September starten. Genau hier. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.